Die beiden Mannschaften werden jetzt unter der Leitung des Schiedsrichters Cyril Zimmermann aufs Feld geführt. Im gewohnt neuen gelben Dress rechts die Young Boys und auch im gewohnt roten Dress die Thuner. Hier der neue Spieler Fringpong. Das klingt doch wirklich nach Pingpong, aber mit dem ganzen Namen heisst er ja Schoetek, Schwabane, Fringpong, Asamoah. Ein Spiel, auf dem die Verantwortlichen, die ihm geholt haben, sehr viel halten und auch vor allem Tore dann erwarten. Ein Spieler, der in Tunesien zuletzt gespielt hat, ursprünglich in Nigeria seine Karriere begonnen hat und dann hier eben Tunesien hier in Bern gelandet ist. Es war fantastisch, denn es war ein Debut-Games und natürlich, ich liebe Debut-Games. Das ist das, was ich am meisten mag, als ich spiele, weil ich die Motivation habe, um solche Spiele zu spielen. Das war mein erstes Spiel in Bern und ein Debut-Games zu spielen war sehr, sehr wichtig für mich. Ich versuchte, alles, was ich konnte, um das Team glücklich zu machen und um das Team zu gewinnen. Und ich denke, es war gut. Die Young Boys haben anspielend. Marcos und Fringpong, die beiden Sturzspitzen, beim Mittelpunkt. Ich erinnere mich, als Schweigler mir einen langen Pass gegeben hat. Ich versuchte, meine Sturzspitzen, um den Sturzspitzen zu übernehmen. Es war, wie du sagst, sehr nah, aber bevor der Sturzspitzen kam, ich schiebte den Ball über ihn. Es war ein schönes Spiel. Ich war sehr, sehr glücklich, dass ich den ersten Spiel in Bern gewonnen habe. Es war sehr, sehr schön für mich. Sieht alles nicht schlecht aus, bis dann der Fehlpass kommt und es den Young Boys wieder ermöglicht, dazwischen zu funken. Bis jetzt das 1-0 absolut vertretbar. Die Young Boys haben doch etwas mehr vom Spiel. Achtung, jetzt Fringpong! Fringpong, Achtung! Ganz guter Spieler ist drin! Es hat sich erfüllt, was sich viele erwünscht haben. Erster Spiel, erster Treffer, wie in der Nationalmannschaft. Und da haben sie gesehen, wie stell und durchlasskläftig dieser Fringpong ist. Und er freut sich, zu Recht. Noch einmal auf Fringpong. Wunderbar, wie er angespielt wird. Die Ballkontrolle und dann mit letztem Einsatz der Stupser über die Linie noch einmal gut kontrolliert. Und mit der linken Schauspitze um Betoni herum. Klasse gut. Wer hat das angedeutet? Und bedankt sich auch. Und jetzt fällt es vielleicht irgendwie dran. Aber nur keiner, der wirklich fortdacht. Und Jumiento wagen wir ab. Jetzt! Jawoll! Mamma mia! Entlösste Tunierabwehr! Und wenn er es vorhin nicht gemacht hat. Fringpong zum zweiten Tor. Und zum dritten insgesamt. Jakin sofort der Erste der Winter. Glückwünscht. Joe Texazamoa. Fringpong mit seinem zweiten Tor. Und dann schauen sich Kiumiento. Mit einem Außenriss. Und in der Mitte völlig alleinstehend. Fringpong zum 3 zu 0. Das wäre es dann. Der Klasse war gut. Und ich habe nur halbvolle gespielt. Und es war ein sehr, sehr guter Tor. Und ich war glücklich, dass ich vor den Fans scoren. Weil sie fantastisch sind. Zweifelsohne. Der Mann des Spiels heute. Joe Texazamoa Fringpong. Nicht durch seine beiden Tore. Sondern auch noch der Pfostenschuss. Das zeigen, welche Klasse er heute hatte. Aber als ich hierher kam. Ich war überrascht. Denn wie die Fans. Was. In meinem Namen. Und wenn wir spielen. Du hörst hier. Fringpong. Du hörst auf der anderen Seite. Pongpong. Es war. Deutsche würde sagen unglaublich. Deutsche würde sagen unglaublich. Ich wusste auch nicht. Aber ich glaube, dass ich für sie gespielt habe. Das ist für sie. 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 Und für mich. Ich war sehr, sehr glücklich. Und ich appreciate es. Auch für morgen. Es ist ein Fan. Ich werde niemals vergessen. 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 Ich kann mich vergessen. Ich habe mich gut. Sie müssen gewinnen, denn es ist eine Sache, die sie müssen gewinnen. Zumindest für die Fans, nicht nur für die Fans. Die Fans geben ihnen mehr Unterstützung. Einmal habe ich mit Kasim gesprochen, und er sagte mir, dass er nie so einen solchen Fans gesehen hat. Denn wenn sie ein Spiel gingen und sie verlieren, die Fans waren für sie da. Das ist eine Sache, die man nie vergessen kann. Hallo, alle. Saturday ist der Spiel zwischen Young Boys und Thun in der Studie. Ich hoffe, alle kommen und sehen das Spiel. Denn es wird sehr, sehr interessant.